Hallo, Wirtschaft und Arbeitswelt in Baden-Württemberg stehen aktuell für ihre größten Transformationen. Wegen Corona, der Digitalisierung und dem Klimawandel. Es ist höchste Zeit, jetzt zu gestalten. Und das ist meine Top 3 der wichtigsten Anliegen im Bereich Arbeit. Legen wir einen Weiterbildungsfonds auf, um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fit zu machen für die Zukunft. Statten wir Behörden personell so aus, dass Betriebe regelmäßig kontrolliert werden können. Stichwort Fleischindustrie und Saisonarbeit. Richten wir eine Landesinnovationsagentur ein, um den Austausch in unserer mittelständisch geprägten Wirtschaft zu fördern. Ich will Türen öffnen für sichere Arbeit mit fairer Bezahlung, guten Arbeitsbedingungen und vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten. Und das in Baden-Württemberg und am Hochrhein. Was das noch beinhaltet, könnt ihr auf meiner Website nachlesen, peter-schallmeier.de Unterstützt mich am 14. März mit eurer Stimme. Kämpfen wir gemeinsam für das Wichtige jetzt.